Johanna Mikkel-Leitner ist nicht nur die Spitzenkandidatin der niederösterreichischen ÖVP, sondern auch die amtierende Landeshauptfrau. Aller Voraussicht nach wird sie das auch bleiben, liegt ihre Partei doch bei Umfragen mit 40 Prozent um rund 15 Punkte vor der zweiplazierten FPÖ. Am 9. Februar 1964 in Klosterneuburg geboren, beginnt sie nach Abschluss der Matura 1983 ihr Studium der Wirtschaftspädagogik in Wien. Ihre politische Karriere fängt die inzwischen 58-Jährige im Jahre 1993 mit der Organisation der sogenannten Initiative für Erwin Pröll an. 1995 wird sie die Marketingleiterin der niederösterreichischen ÖVP und 1998 deren Landesgeschäftsführerin. Das Jahr darauf wird die verheiratete Mutter von zwei Töchtern, Nationalratsabgeordnete und 2003 Landesrätin. Mikkel Leitners steiler Aufstieg geht weiter. Von 2011 bis 2016 bekleidet sie das Amt der Innenministerin. Danach wechselt sie wieder in die Landespolitik, wird Landeshauptmann-Stellvertreterin und ist seit 2017 Niederösterreichs Landeshauptfrau. Die Landtagswahl dazu gewinnt sie im Jahre 2018 mit 49,6 Prozent. Auf dieses Ergebnis wird sie und die niederösterreichische ÖVP bei dieser Wahl nicht mehr kommen, auch wegen der aktuellen ORF-Affäre. Der jetzige ORF-Niederösterreich-Landeschef Robert Ziegler soll sich immer wieder in den letzten Jahren für massive TV-Präsenz von Mikkel Leitner eingesetzt haben. Dennoch kann man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, Johanna Mikkel Leitner bleibt die Landeshauptfrau von Niederösterreich.